Hallo, schön, dass ihr einschaltet bei einer neuen Folge der Bergnews. Ich bin die Conny und habe heute diese Themen für euch. Jetzt, wo die Tage kürzer werden und das Wetter unbeständiger, zieht es wieder mehr Menschen in die Hallen. Unser Bergsport- und Sicherheitsexperte Stefan Winter erklärt uns in dieser Folge, wie wir Unfällen und Verletzungen beim Bouldern vorbeugen können. Nima Rinji Sherpa hat einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist der Erste, der erst mit 18 Jahren alle 14 Achttausender bestiegen hat. Und mit diesem Rekord transportiert er auch eine wichtige Message. Außerdem haben wir noch einen bunten Strauß an Filmtipps für euch, für die nächsten Regentage oder einen gemütlichen Fernseh- oder Kinoabend. Die Tage werden kürzer, das Wetter kühler und nasser, aber bis wir die Skitouren-Saison so richtig einläuten können, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Die beste Zeit also, um sich mal in der Halle so richtig auszupowern. Zum Bouldern braucht es eigentlich nur Kletterschuhe und dann kann es auch schon losgehen, oder? Kleiner Spoiler, natürlich ist es nicht ganz so einfach. Und wie wir am besten einsteigen, ohne uns zu verletzen und wie wir Unfälle vermeiden können, das erklärt mir jetzt Bergsport-Experte Stefan Winter. Hallo Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, grüß dich. Jetzt so, die Übergangszeiten sind ja eigentlich so der ideale Zeitpunkt, um sich mal in der Halle so richtig auszupowern. Was rätst du den Menschen, die jetzt mit dem Bouldern anfangen wollen? Ja, Bouldern ist ideal jetzt für die Übergangszeit oder auch den kalten November, der uns bevorsteht. Und wenn man da anfängt, in der Halle jetzt zum Bouldern zu gehen, dann ist das schon auch eine Sache, die man ernst nehmen muss. Das ist kein Spielplatz und man muss da einfach ein paar Dinge berücksichtigen. Wenn du das erste Mal in der Boulderhalle bist, dann solltest du zunächst die Benutzerordnung lesen. Da steht drin, was der Hallenbetreiber von dir erwartet, was es da für Verhaltensregeln gibt, sozusagen der Knigge beim Besuch einer Halle. Und als zweites gibt es spezielle Boulderregeln, die sich nur auf die Sportart beziehen. Und was muss ich da beachten, konkret für die Sportart? Auf jeden Fall mit Aufwärmen beginnen. Das heißt, einen Herz-Kreislauf in Schwung bringen, sodass man eine warme Betriebstemperatur hat. Als nächstes Ringe von den Fingern ablegen und auch Schmuck entfernen, denn man kann sich tatsächlich an den Klettergriffen irgendwo aufhängen und vielleicht dann eben verletzen, also Schmuck ablegen. Und es gibt ja dann die Frage, habe ich ein Jogbag, habe ich Kletterschuhe? Als Einsteiger kann man auch mit eng anliegenden Hallenturnschuhen schon auch den Sport betreiben, aber besser sind natürlich Kletterschuhe. Und einen Jogbag, der bleibt immer am Boden. Also den bitte nicht mit einem Karabiner an der Hose oder irgendwo eben am Körper befestigen. Das ist eine Verletzungsgefahr. Was sind denn so die häufigsten Verletzungen beim Bouldern? Grundsätzlich ist es so, dass man beim Bouldern ja in die Höhe geht. Das heißt, da besteht ein bestimmtes Risiko, dass ich runterfalle und abstürze. Das kann entweder mit Absicht sein, also wildentlich, dass ich sage, hey, ich habe genug. Ich springe jetzt unten auf die Matte. Oder ich rutsche einfach weg mit einem Fuß oder mit der Hand. Ich habe keine Kraft mehr und stürze dann, also unbeabsichtigt. Und dabei landet man eben auf der Matte und kann mit den Füßen umknicken zur Seite. Und da gibt es hin und wieder eben Bänderrisse zum Beispiel oder auch Verstauchungen. Um das zu vermeiden, habe ich den wirklich ernsten Tipp, nicht springen, sondern besser immer abklettern. Oder den Bouldern oben übers Top verlassen. Da gibt es nämlich extra spezielle Ausstiege. Sind denn eher AnfängerInnen oder eher Fortgeschrittene von diesen Unfällen betroffen? Ja, Bouldern-Unfälle betreffen alle. Das kommt dann nur auch ein bisschen auf die spezielle Situation an. Und manchmal hat man schlichtweg auch Pech. Und das kann genauso ein Vollprofi erwischen wie ein Anfänger oder eine Anfängerin. Entscheidend ist halt eben, dass man sich speziell aufwärmt und ein bestimmtes Feeling für die Situation kriegt. Also so eine Art Bauchgefühl. Ja, jetzt bin ich an der Grenze und jetzt konzentriere ich mich auch schon, dass ich eventuell eben abstürze und falle. Und habe dann eine automatisierte Landung parat. Und beim Landen gibt es ganz viele Tipps. Ja, da muss man eben schauen, dass man sich nicht mit gespreizten Fingern abstürzt, weil die könnten dann auf der Matte sich eben verbiegen oder nach hinten umknicken. Besser ist es, so eine Art Paketstellung einzunehmen und nach hinten abzurollen. Das sind jetzt schon total wertvolle Tipps. Und ich frage mich gerade, was würdest du denn sagen, wann macht ein Kurs am meisten Sinn? Also gleich am Anfang, damit ich solche Tipps von Beginn an habe? Oder lieber, wenn ich das Feeling schon ein bisschen habe und dann meine Technik verfeinern will? Also beides geht. Ja, das kommt ein bisschen auf den Typ, auf den Menschen drauf an. Es gibt Leute, die wollen erst mal schnuppern, aus der Entfernung für sich selber so beobachten. Hey, was machen so die anderen? Wie verhalten die sich? Ist völlig in Ordnung. Das geht beim Bouldern. Da mit einem gesunden Menschenverstand und ein bisschen Respekt auch an die Sache rangehen. Und es gibt Leute, die sind einfach gesellig und die wollen das gerne auch angeleitet bekommen. Also das würde ich natürlich am ehesten empfehlen. Denn in so einem Kurs, da hat man einen Trainer, eine Trainerin, die Erfahrung hat. Die sagt einem die Tipps zum Aufwärmen, die Verletzungsgefahr. Und das macht auch Spaß, weil das ist eine sehr gesellige Sportart. Also Kurse zum Bouldern gibt es in allen Sektionen, die Klettern anbieten. Und wenn es jetzt gerade zum Beispiel keinen Kurs gibt oder ich sage, hey, das Wetter ist doch gar nicht so schlecht. Ich will doch lieber in die Berge gehen. Du bist ja auch viel unterwegs. Und ich würde jetzt gerade noch mal kurz von dem Boulder- und Hallenthema weggehen. Weil was ich mich schon gefragt habe, vor drei Wochen hatten wir das Riesenthema. Es ist wahnsinnig viel Schnee gefallen. Es war so ein früher und intensiver Wintereinbruch. Wie schaut es denn jetzt aus? Ist der Wanderherbst jetzt normal oder liegt immer noch so viel Schnee? Also erstmal, du hast völlig recht, das Wetter die letzten Wochen war eine Achterbahnfahrt, Regen, Schnee, Sonne und warm. Und es geht jetzt gerade munter so weiter. Im Moment ist es so, dass der vielgefallene Schnee in den bayerischen Voralpen bis auf eine Höhe von knapp 2000 Meter tatsächlich ziemlich weggeschmolzen ist. Und auch heute Morgen kommen wieder Temperaturen im Tal um die 20 Grad. Das trägt weiter dazu bei, dass Schnee abtaut. Aber je tiefer man in die Berge sozusagen aus unserer Blickrichtung nach Süden hineinfährt, umso mehr komme ich in steile Bereiche, in höhere Regionen, wo viele Schatzseiten sind, nordseitig gelegene Gegenden. Und dann muss man einfach ab 1800 Meter tatsächlich mit Schneefeldern rechnen. Man muss auch damit rechnen, dass der Untergrund nass und feucht ist. Denn die Bodenfeuchte, die wird jetzt im Herbst eben in der Nacht nicht mehr komplett abtrocknen. Und wer ganz hoch hinaus will, also auf Gipfel in den bayerischen Alpen, die so um die 2500 Meter sind, da brauchst du auf jeden Fall wirklich gute Bergstiefel, Gamaschen. Denn da haben wir wirklich einfach auch schon Schnee liegen. Und eine ganz andere Geschichte sind natürlich Berge in Österreich, die bis an die 3000 Meter gehen. Was hast du so vor am Wochenende? Halle oder Berg? Ich möchte raus in die Natur, denn solange es noch geht und man irgendwo ganz angenehme Temperaturen hat, zwischen 10 und 20 Grad, da ziehe ich dann tatsächlich einfach Outdoor-Sport vor. Voll cool. Viel Spaß dabei und danke für deine Zeit und die wertvollen Tipps. Gerne. Tschüss. Wie schaut es bei euch aus? Ist es euch schon zu kalt draußen und seid ihr lieber in der Halle unterwegs? Schreibt doch mal eure Wochenendpläne in die Kommentare. Bergsteigen ist mehr als Arbeit. Das ist eine der Botschaften, die Nima Rinji Sherpa mit seinem Rekord in die Welt bringt. Mit erst 18 Jahren hat er schon alle 14 Achttausender bestiegen. Oft werden die Sherpa hier als Guides geframed. Als Träger, als Begleiter für die Expedition im Himalaya. Die Aufmerksamkeit, die Nima Rinji Sherpa mit seinem Erfolg und seinem Projekt Sherpa Power bekommt, nutzt er, um zu zeigen, das ist nicht alles. Ich möchte der jüngeren Generation von Sherpas zeigen, dass sie sich von dem Klischee, nur Hilfskletterer zu sein, lösen und ihr Potenzial als Spitzensportler, Abenteurer und Kreative nutzen können. Wir sind nicht nur Guides, wir sind Wegbereiter, schreibt er auf Instagram. Eine bedeutende Message und eine krasse alpinistische Leistung. Der Bergherbst ist da und mit ihm kommen alle Jahre wieder großartige Bergfilme auf die Leinwand. Seit dieser Woche läuft die aktuelle European Outdoor Film Tour und macht in den nächsten Monaten sicherlich auch in eurer Nähe halt. Außerdem laufen an diesem Wochenende beim Bergfilmfestival Tegernsee Bergfilme aus aller Welt. Wer es sich lieber auf der Couch gemütlich macht, findet auch online tolle Videos. Zum Beispiel die wahnsinnig bewegende Doku am seidenen Faden über den Kletterer Philipp Rotzik. Oder, Achtung Eigenwerbung, ab Sonntag Teil 3 von Joos Alpenüberquerung. Alle Links zu den Filmtouren und den Online-Videos packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und damit verabschiede ich mich ins Wochenende. Habt eine tolle Zeit in den Bergen, in der Boulderhalle, beim Filmeschauen oder sonst wo. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, ciao. Ich bin die Conny und ich habe heute diese Themen für euch. Das war schon verhaspelt. Cool. Wir haben leider leichte Verbindungsprobleme.